Hallo meine Lieben, ich bin's Odo. Gerade bei Powerfinder Kingmaker den ersten großen Dungeon, nämlich den unter der großen Sycamore. Ich weiß nicht, was Sycamore für ein Baum ist, das müsste ich googeln. Oder Google Translate oder halt, keine Ahnung, anschauen. Äh, wir haben in der letzten Folge den großen, äh den Kobold Boss umgebracht. Und haben's jetzt geschafft... Hallo? Wo ist er jetzt hier hin? Wieso seid ihr da hergegangen? Nein, das lassen wir da. Wo sind wir jetzt hingegangen in unserer Verzweiflung? Ich hätt, ich hätt nachschauen sollen. Ja, auf jeden Fall haben wir den Kobold Chief Teen umgebracht und jetzt sind wir auf dem Weg zur Might... Nein, danke Schätzchen. Äh, zur Might Queen. Ja, es wird jetzt gleich laut. Ach, da sind wir. Ah, aber warte mal, das ist gar nicht immer so... ...lechts... Warte mal. Ach, da sind die Might's. Ach, ich weiß schon wieder, wo wir es sehen, wie es da weitergegangen ist. Das ist so fürchterlich verwinkelt alles. Gehen wir gleich einmal zuerst zum Torwächter, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Weil der wollte auch was von uns. Dem können wir nämlich den Dings geben. Daisy, come, good girl. The Gatekeeper notices you. Her face lights up. She turns away from her pet centipede. Greetings, ally. You come, warrior queen. Bada, wait you. Gatekeeper sighs in delight. Queen beauty as a little as a little centipede. Ja, genau so. So hübsch said, ja. These things are creepy. I almost centipede my pants. Ha 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 ha. Oh, God. Ha ha ha. Um. That's why they are called centipedes, because of the scent. Oh, God. Wir könnten mitmachen. When I become a Baroness, I'm instituting a law against pants. Nein, 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 nein. Ich glaube, pants sind lawful evil. Regongar laughs. Here are the mandibles you ask for. Oh, good. I make fine helmet. Take leather bridge. Brave ally. I see no one. You take treasure. Okay. Wir könnten sie angreifen eigentlich noch alle, aber andererseits will ich nicht. So, gehen wir mal zu Queen. Das war der Herr Rüben irgendwie. Okay. Irgendwo da herrüben. Lasst uns Auto gehen. Bevor wir da reingehen, werden wir aber einmal schlafen. Insofern deswegen, damit wir wieder Zaubersprüche haben. Die ganzen Kinder, die wir vorhin zugeschaut haben, sind weg. Finde ich gut. Ja. Das finde ich auch gut. Da ist die Warrior Queen. Es ist dann. Ich habe die Chefsuitz-Kale. Sweet. Ich geworbe und honor Sie, ally. Ich habe die wirklich großartige Attacken. Ich habe alle Cobalt. Ich werde nur für die Purple-Hide. Ja. Wie kommen wir noch mal da rein? Ja, okay, die haben wir vom Cobalt Chief, das stimmt. Das heißt, wir müssen den Tattoo schon noch finden. Irgendwie haben wir den nicht gefunden, das war nicht gut. So, ich nehme mal an, wir können da jetzt noch nicht rein. Oder? Oh doch, wir können rein. Das heißt, das hat gereicht, was wir gekriegt haben. Okay, bevor wir da aber reingehen, werden wir Schnarchi-Schnarchi machen. Und zwar deswegen, weil wir sind schon ziemlich hinüber. Ich habe keine Lust da rein zu gehen mit einer halbtoten Gruppe. Ah, you cannot cook here. Schauen wir mal, was machen die Leute? Hunting gibt es nicht. Cooking gibt es auch nicht. Oh, du hast Minus 1 echt jetzt? Finde ich großartig. Du bist ein absolut genialer... Naja, wurscht. Ein absolut genialer Aufpasser-Regunga. Ja. Was? Was? Was heißt, der Party will not rest? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Sagt sie mir das? Ich will Rest machen. Wie kann ich helfen? Ja, keine Zaubersprüche. Nicht gut. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Das ist nicht gut. Wir müssen es nochmal machen. Was habe ich falsch gemacht? Jaaa, können wir das überspringen? Ich hätte auch nicht überlebt, ohne dich. Deine Rage gab mir Hoffnung. Auch auf dem Tisch. Ah, jetzt haben wir geheilt. Wieso haben wir das vorher nicht geschafft? Keine Ahnung, warum wir das vorher nicht geschafft haben. Egal. Wir sind zumindest etwas geheilt und... Naja. Du hast doch... Was? Nur eines? Warte mal, nein. Schauen wir mal nach, wer es am ehesten braucht. Konstitution. Minus eins. Du hast Konstitution. Minus eins. Du hast Kon. Minus eins. Und Stärke. Minus zwei. Na gut. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Mal abgesehen davon, dass du den Zauber machst. Ich glaube aber, es wird nur eines ausgebessert. Ja, sogar nur um eins. Einfach nur lächerlich. Na gut. Schauen wir mal. Huch. Eine Filmsequenz. Schauen wir mal. Oh, da ist ein Tor. Was? Was redest du da? Was ist das mit dieser Disguise, Tattuccio? Was? 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 Ja. In der ersten Folge haben irgendwelche Kinder zugeschaut. Und die wollten, dass ich es Musti nenne. Oder Mustafa. Und ich war gegen Mustafa. Und ich war gegen Mustafa. Sie schaut eh nicht so aus. Sie ist ein Zwerg. Das war das Bild, das noch am ehesten zu ihr gepasst hat. Aber in Wirklichkeit schaut sie ganz anders aus. Was? Nein, sie hat kein Kind mit Königreich. Was? Ja. Das ist Valerie. Ah. I know you're a Pataxian spy. Aber du nicht wirst meine Mission und wirst nie wissen, weil ich nie sagst, dass ich dir nie sagen. Nicht? Das gehört doch dazu. Ach. Er ist so ein schlechter Willen. Enough. We will fight to settle our dispute. I don't think we need to fight. Let's resolve this peacefully. Äh. Ja. Da sind ja nur ein paar Viecher. So. Du. Machst als erstes. Ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Bless oder Bane? Ich glaube ich mach Bless. Äh. Ich mach Bane. Weil nämlich. Was hast du da eigentlich für coole Zauersprüche? Äh. Äh. Ich mach Bane. Äh. Du machst mal das. Du machst mal das. Du machst das. Und was ist das? Und das machst du auch. Du kannst gar nichts, gell? Du stürzt dich einfach auf die Dinger. Du bist eh so. Du bist eh so. Nur dazu da. Um. Schaden abzuhalten. Du machst das auf den Tattuccio. Und dann greifst du ihn gleich an. Oder nein. Das heißt. Äh. Äh. So. So. Du. Du musst den gleich angreifen. Okay. Vielleicht greifst du erst den. Achso. Äh. Äh. Genau. Greifst alle die Valerie an. Das ist am besten. Die ist nämlich die, die am ehesten was aushält. So. Du. Achso. Du zauberst noch. Na fair. Freund und Feind niedergemäht. Das nenne ich mal eine Hingabe zur Sache. Äh. Gut. Dann machst du als erstes mal Heidi Heidi. Was? Sie ist tot. Nein. Das ist nicht gut. Ich glaube wir müssen neu laden. Sie ist tot und wird nicht mehr zurückkommen. Sie ist tot. Minus 8. Damit können wir sie nicht einmal so mehr heilen. Gell? Nein. 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 Hm. Nein. Nein. Unsere liebe Elfentante ist gestorben. Das heißt, wir müssen neu laden. Das gefällt mir nicht. Aber gut, was soll man machen? Wir werden auf jeden Fall nicht ohne das Mädel weitergehen. Wir müssen es also auf jeden Fall so machen, dass sie so weit hinten steht, dass der Feuerball, den der gute Tattoo-Shoot zaubert, sie nicht killt. Wir versuchen es nochmal. Ja, 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 ja. Ah, stopp, 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 stopp. Du gehst bitte hierher. Weit, weit weg. Du zauberst mir ein Bain. Ja, du gehst dann auch rückwärts. Du zauberst mir ein Shield. Du greifst einfach diese Dinger da an. Du machst das auf ihn. Du machst das und das. Das werde ich versuchen. So, dann machst du mal heili heili. Du und der Rest von der Truppe greift mal da an. So, jetzt kannst du ein bisschen weiter reinkommen. Du machst dann noch einen Feuerpark. Upsi, du machst dann noch einen Feuerpark. Upsi, du machst dann noch einen Feuerpark. Upsi, du machst dann noch einen Feuerpark. Das werde ich sogar. So, du. Wir brauchen Channel Energy. Und machs gleich nochmal. Besser überstanden als das letzte Mal. Und mach gleich nochmal. Was ihr wollt? Aus geht zeichnet, Freunde. Wir haben sie überstanden. Tattuccio. Wir kriegen einen Inquisitor's Broken Bow. Schau an. Wand of Magic Missiles. Finde ich gut. Wir nehmen alles. Einfach weit. Wir kommen alles in Zin-Zin-Zin. Guck jetzt. Okay. so schauen wir mal ja ich sehe es gerade ein pedastal of some sort formed by tangled tree roots seems that was ach verdammt das ist zu schnell weg ich liess nicht zu schnell seems that some long and narrow object rested here until recently ok scheinbar hat er sich von dort irgendwas runter geholt ok gar nicht ring finde ich gut so sonst noch irgendwas und noch so ein token finde ich gut das war's mehr hat es da drinnen nicht gegeben na gut schauen wir mal was haben wir alles gefunden cobalt's relics und mites relics das ding was ist das pre-choiced part ah das ist das was wir vom brückenwärter gekriegt haben haben wir irgendwas gescheites gekriegt eine gescheite waffe greatsword plus eins nö gescheite rüstung was ist das ein heavy shield plus eins was hast du für ein shield was ist ein tower shield das ist sogar vier mhm gut ringe ah ein ring of protection plus eins finde ich gut nehmen wir mhm sachen dings ums ok passt war das vielleicht noch gar nicht das inner sanctum mal eine schweig schweig ne schweig ich schweig schweig du ist das wach wach was happened treacherous shaman you find him tell the truth talk deceived everyone it was he who stole the sycamore branch from the kobolds to make war with the mites he attacked me and he was killed now i possess both sacred branches aha chaotic neutral then isn't lawful i know purple hydrator now these dungeons belong to the mites i hope our alliance stands my queen that's great these mites are worthy folk i wouldn't risk eating their delicacies though thank loyal ally you be guessed mites always friends war vielleicht keine schlechte idee mit 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 den mites zusammen zu tun das letzte mal habe ich es mit den kobolden gemacht und das war ein fehler ich habe dann am schluss alle kobolde auch gekillt oder killen müssen obwohl ich einen guten charakter gespielt habe mit dem evil charakter habe ich mehr leute überleben lassen als mit dem nach na gut na gut ich glaube wir sind hier fertig wir haben noch nicht alles uns angeschaut wahrscheinlich ist noch irgendwo irgendwas versteckt aber ich glaube das mache ich in der pause während ich bitte ah ja so heißt sie nicht boom gleich zwei big boy cheetos cheatet ihr so sehr dass ihr zu zweit seid ach nichts ich rede nur mit den cheatern oder cheater geht es da unten weiter das hat nicht so ausgeschaut als wäre es da weitergegangen okay wo wollen wir hin da unten geht es glaube ich noch weiter dann kommen wir gleich jetzt über die brücke mit dem mit dem teil was wir gefunden was wir gekriegt haben und wir laufen 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 ah ja stimmt während wir laufen können wir tschüss von den leuten auf youtube sagen ich wünsche euch einen schönen abend gute nacht und schlaf gut hihihi echt jetzt hast du nichts besseres zu tun ja genau hier müsste das eigentlich funktionieren mit diesen dings jetzt haben wir da eine Brücke yeah jetzt gehen wir da rüber Das heißt, es ist einfacher, da rüber zu kommen. Jetzt gehen wir so, weil da hinten waren wir noch nicht. Oh, warte mal, da ist irgendwas. Was habe ich jetzt getan, ach Gott, ich hätte nicht gedacht, dass da noch irgendwie sowas kommt. Wir gehen in die mysterieuse Dungeon brought us by twists and turns to an old mine. A huge hatch in the floor blocked our way, its panels were half open and squeaked angrily. Threatening to plunge careless adventurers into the abyss below, it stretched from wall to wall, making it impossible to simply walk around this deadly trap. Break, all break, bad. We turned around and saw a kobold sitting on the ground beside a broken lever. The kobold was holding his head in his hands, but sensing us, he jumped up. Stop. Stop. You go. You fall. All go. All fall. Sorrow. 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 He grew wooful and lamenting the skittered down. One of the passages when we tried to jam the doors to deactivate the trap. Searched forward, paying no heed to the dangers surrounding us. We try this one. Wer is the strongest trickery type? Oh, she has plus 14. That means she does at a 2, so it is a success. Succeeded as a trainer. Using equal parts wisdom and dexterity we jammed the ominous hatch. Now we could proceed without fear. Thus the darkness of the yawning abyss was roundly defeated. Okay. Finde ich gut. Oh, wer ist das? Das ist Valerie. Na gut. Also wir können da jetzt drüber gehen. Ah, vorher konnten wir das nicht. Na gut. Wir dringen wieder auf für die YouTube-Menschen. Nowウ'rady. Now komm, okay. Wir dringen wieder auf. Wenn man will.